Weiter geht's mit den Wohnzimmermomenten und jetzt wird's paralympisch mit Andrea Rotfuß. Sie ist allein in Peking. Was meinst du, wie sehr vermisst sie euch? Andrea ist ein Familienmensch und ich glaube, es wird ihr schon gut tun, wenn dann mal einer da wäre und wir sie in den Arm nehmen oder so. Sie ist ja auch, möchte ich mal so sagen, nicht ganz ohne irgendwas von zu Hause gefahren. Du hast mir was gezeigt. Was habt ihr ihr mitgegeben als Glücksbringer? Mama hat ihr Glückssocken gestrickt. Die Athletinnen und Athleten starten ja unter verschiedenen Bedingungen. Wie wird das angeglichen? Wie funktioniert das im Wettkampf? Je geringer die Behinderung, umso eher geht die Faktorzeit an die 100 Prozent. Die EU wird sozusagen vorm Start immer dementsprechend eingestellt. Sie läuft entweder in Realtime oder dann entsprechend zur Behinderung etwas langsamer oder viel langsamer. Die Andrea hat ja offen gelassen, ob sie in vier Jahren nochmal startet. Wie wäre es für deine Nerven, wenn sie weitermacht? Ich finde es schlimmer, da jetzt gerade irgendwie zuzugucken, wenn die mir zugucken, wie wenn ich das selber fahre. Die ist unten. Die ist heil runtergekommen. Das ist jetzt in erster Linie für mich mal das Wichtigste. Schade. Aber das ist Andrea. Andrea freut sich immer für die anderen mit. Es ist noch der erste Viertelplatz in Young King für Deutschland. Also von dem her, alles gut. Drück dir weiterhin die Daumen. Für morgen, da geht's schon wieder weiter. Wir sind mega, mega stolz auf dich. Wir haben das erste Rennen von dir verfolgt. Wir hoffen auf die weiteren Rennen und wünschen dir alles, alles Gute. Lass es richtig krachen. Und drücken ganz, ganz fest die Daumen. Und jetzt ist es gut, weil jetzt muss ich wieder weinen. Das tue ich schon lange. Ja, danke fürs Daumen drücken. Danke, dass ihr heute Nacht aufgestanden seid, zugeschaut habt. Das erste Rennen ist rum, Platz vier. Ich bin super happy. Ich glaube ihr auch. Und dann sehen wir uns in anderthalb Wochen wieder. Ich würde sagen, Überraschung gelungen. Ab ins nächste Wohnzimmer. Perché? Okay. Wir sehen uns so, auf jeden Fall.